Draußen wird es immer kälter und da macht man es sich doch zu Hause gerne mal gemütlich. Wie wäre es mit einem schönen Kinoabend? Ja, in ihren eigenen vier Wänden, aber mit dem Fernseher ist das immer so eine Sache. Ja, könnte man machen, aber viel schöner und professioneller wäre es doch auf einer Original-Kinoleinwand. Und das zu Hause, jetzt fehlt eigentlich nur noch Popcorn und Ralf. Ja, und natürlich der richtige Bima, die Heimkino-Station. Da haben wir heute zwei für Sie in der Sendung. Und das sind zwei ganz, ganz außergewöhnliche Geräte. Sie werden das gleich merken, wenn wir die Ihnen vorstellen. Aber Anne-Kathrin hat recht, jetzt in der Adventszeit laufen ja so viele schöne Filme. Und da kann man sich mal einen gemütlichen Tag machen, wenn draußen so Nebel ist wie heute bei uns richtig kalt. Da möchte man gar nicht vor die Tür. Dann setzt man sich mal aufs Sofa, lädt vielleicht noch ein paar Freunde ein oder Freundinnen und schaut Fernsehen. Und da haben wir zwei Bima heute für Sie im Angebot. Und wir fangen an mit dem kleinen Kompakten. Das ist einer, der ist unglaublich schnell aufgebaut. Den kann ich sogar mal mit zu Freunden nehmen. Hat aber auch eine Bildschirmdiagonale, die ich hier erzielen kann, von bis zu 3,30 Meter. Das ist riesengroß. Das ist schon fast Kino-Format. Wir sehen natürlich Fernbedienung ganz klar. Das ist heutzutage üblich. Alles per Fernbedienung auch steuerbar. Jetzt was ist das Besondere an diesem Bima? Der arbeitet, wenn ich das will, ganz ohne ein zusätzliches Gerät. Ich brauche nichts anzuschließen. Ich kann anschließen. Vielleicht fangen wir da an. Wir schauen uns mal die Anschlüsse an. Hier auf der Seite ist ganz einzig der Stromanschluss. Dann haben wir hier auf der Seite, da sehen wir USB. Also Media Player ist drin. Wir können hier per USB-Stick. Wir haben HDMI-Eingang für den Laptop oder für den Sat-Receiver, den ich anschließen kann. Ich kann hier auch noch ein AV-Gerät oder Kopfhörer anschließen, beziehungsweise als zusätzliche Lautsprecher, obwohl schon Lautsprecher drin sind. Dann haben wir hier unten noch VGA. Das sind die Anschlüsse am Bima selber. Davon kann ich von ganz bekannten Medien einfach abspielen. Jetzt ist dieser Bima aber was ganz Besonderes. Den kann ich nämlich im Prinzip per Airplay, so nennt sich das bei Apple, hier versorgen. Airplay ist wie, also bei allen anderen heißt das DLNA. Fangen wir vielleicht da an. Das ist die Möglichkeit, oder viele Hersteller haben sich über eine Norm der Übertragung von Daten geeint. Mit 20 Firmen hat das angefangen vor vielen Jahren. Mittlerweile über 200 Herstellerfirmen, die sich da vereint haben. Einer fehlt, das ist Apple. Apple hat die eigene Art und Weise, das ist Airplay. Und jetzt kannst du über diese WLAN-Anbindung, kannst du jetzt von jedem Gerät direkt auf den Bima praktisch das Medium, das du senden willst, übertragen. Und zwar ohne lästige Kabel zu verlegen oder ähnliches. Und das ist also wirklich technisch der absolute Hammer. Miracast ist auch so ein Thema, kennst du das? Ich habe schon mal gehört. Sagt dir das was? Also im Prinzip Mirror ist da drin, der Spiegel. Bei Apple heißt es auch wieder Mirror Ring. Damit kannst du jetzt dein Smartphone verbinden, wenn dein Smartphone Miracast fähig ist. Und kannst die Elemente, die du jetzt auf dem Smartphone zeigst, ob das Fotos sind, kannst du auch auf den Bima übertragen. Super. Also du siehst, technisch absolutes Wunderwerk. Und hier klein, kompakt mit 800 Lumen. Und auch sehr, sehr leuchtbar. Klein und kompakt, das heißt, es ist natürlich auch ein tolles Modell, wenn ich sage, ich möchte mich jetzt nicht festlegen. Ich möchte zwar einen Bima haben, weil ich vernünftig mal einen Kinoabend machen will, aber ich will den nicht immer draußen stehen haben. Es gibt ja wirklich Modelle, die kannst du dann immer wegräumen. Und das wäre so ein kleines Einstiegsmodell. Oder aber auch wirklich mal zu Freunden mitnehmen, das Fußballspiel schauen. Das ist wirklich ein kleines, tolles Modell. Richtig, damit die Größe mal rauskommt. Guck mal, zwei Hand groß, würde ich sagen. Mehr ist es nicht. Dann haben wir natürlich bei den neuen Bimern, bei allen Bimern, einen riesen Vorteil im Vergleich zu den alten. Und das geht es ums Leuchtmittel. Hier haben wir LED-Technik drin. Früher waren es diese Glühbirnen. Und da weiß man, die sind nach 1000 Stunden kaputt gegangen. Die Heizung auch genannt, ja. Ja, die Heizung, genau. Also das ist eine andere. Aber jetzt erstmal die Laufzeit. Nach 1000 Stunden waren die kaputt. Dann musstest du nochmal 200 Euro oder mehr ausgeben für das neue Leuchtmittel. Hier haben wir eine Laufzeit von 50.000 Stunden bei diesen LED-Leuchtmitteln. Und LED wandelt die Energie in Licht und nicht in Wärme um. Also nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz wird Wärme. Dementsprechend haben wir hier keine große Hitzeentwicklung. Dementsprechend brauchen wir auch nicht so einen riesen Lüfter für so einen leistungsstarken Beamer. Stimmt. Zuck auf dem Tisch einfach platzieren. Anschließen, was du anschließen willst. Also wenn du es mit Kabel anschließen willst. Oder wenn du den Media Player nutzt, einfach die externe Festplatte oder den USB-Stick dran. Oder du nimmst eben diese Möglichkeit per DLNA oder Airplay oder Miracast hier Daten darauf zu übermitteln. Und diese dann mit dem Beamer auf eine Größe von bis zu 3,30 Meter zu projizieren. Toll. Auch schön, wenn jetzt natürlich die Familie Weihnachten zu Besuch ist. Und man möchte einfach mal so ein paar alte Videos zeigen. Oder ein paar schöne Weihnachtsmärchen. Oder alte Kinderfotos dann mit Diashow einfach laufen lassen. Wenn die ganze Familie zusammensitzt. Und dann vielleicht auch mal ein paar lustige alte Fotos auskramen. Ist doch ganz nett, oder? Ich finde es toll. Ja, das ist toll. Und jetzt reden wir Männer mal Klartext. Wenn Weihnachten mal rum ist und die Weihnachtsfilme, dann wollen wir auch wieder Fußball schauen. Oder die nächste Saison Formel 1. Und das macht dir also noch viel mehr Spaß, wenn du das auf 3,30 Meter. Da hast du Philipp Lahm in Originalgröße im Wohnzimmer. Das ist tolles Sachen. Also Sporthighlights. Und da konjagt ja eins das andere. Wir haben ja immer wieder auch jetzt in der Skisaison. Kannst du schön Skirennen mal auf dem Beamer anschauen. Was hier ist, hier muss ich den Raum bei 800 Blumen einfach ein bisschen abdunkten. Aber das mache ich sowieso. Wenn ich einen Beamer-Abend mache, ist es entweder schon dunkel draußen oder dunkler ab, damit ich dieses Kino-Feeling kriege. Ein Kino ist ja auch nicht hell. Also das ist überhaupt kein Problem. Vorhänge zu und dann anwerfen. Hier sehen wir, ich glaube das war Vorentscheidung Miss Germany. Oder ist ja egal, was du anschaust. Oder ob es die Lieblingsserie ist. Du kannst ja auch den HD-Satgresiva anschließen. Oder ein Blockbuster mal anschauen. Weihnachtsfilme, die jetzt kommen. Was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Drei Haselnüsse für Aschenbröde. Der Klassiker. Der Märchenklassiker natürlich. Kommt da auch jedes Jahr. Es gibt aber auch so Blockbuster, die eben nicht an Weihnachten kommen, sondern auch unterm Jahr. Aber mein Lieblingsweihnachtsfilm, sage ich auch immer, ist Der kleine Lord. Seit vielen, vielen Jahren freue ich mich an eine Adventszeit an. Der kommt immer irgendwann so in der Adventszeit. Ich habe es noch gar nicht entdeckt, weil er kommt. Ich hoffe, ich verpasse ihn nicht wieder. Aber auch solche Filme oder Kinderfilme. Kindergeburtstag. Da legst du den Kindern mal einen Kinderfilm ein. Das auf einer Leinwand. Du machst Kinderkino praktisch zu Hause. Und das ist jetzt eben auch hier mit der Flexibilität. Du kannst ihn jetzt auch ins Kinderzimmer stellen. Du stellst einen Tisch in die Mitte, projizierst es an die Wand, eine Leinwand noch hin. Und dann ist das Kinderkino fertig. Popcorn-Maschine wäre dann natürlich riesengroß. Oder toll, wenn ich die da auch noch hätte. Aber hier geht es natürlich jetzt nur um den Beamer. Und hier müssen wir sehen, dieser Beamer hat einen Normalpreis von 299 Euro. Ist mit der technischen Ausrüstung auch absolut gerechtfertigt, dieser Preis. Aber wir wären nicht bei Pearl TV, wenn wir da nicht einen TV-Sonderpreis hätten. Jawohl. Und der TV-Sonderpreis ist heute 123,41 Euro. Und das ist wirklich sensationell. Mit dieser Ausstattung und dieser Qualität ist das wirklich ein toller, toller Preis. Du hast allerdings gerade gesagt TV-Sonderpreis. Ja, was bedeutet das? Der gilt nur 2 Stunden. Sie sehen es ja nochmal. 2 Stunden ist der gültig. Und danach bezahlen Sie wieder den regulären Katalogpreis von 130 Euro. Deswegen seien Sie schnell. Bestellen Sie sich Ihren Beamer. Das ist das etwas kleinere Einstiegsmodell mit der Bestellnummer NX 4250 und der 569. Wir kommen später natürlich noch zu einem ganz großen Modell, dem Profi-Modell. Aber hier, das ist natürlich wirklich für die Gelegenheitsnutzer auch ideal. Richtig. Und durch die LED-Technik eine lange Laufzeit. Früher könnte man mit so einem Beamer vielleicht 2, 3 Jahre rechnen. Dann wusstest du, der geht wieder kaputt. Das hat viele abgescheut. Erstmal war früher die Anschaffungskosten noch wesentlich höher. Und dann hat allein wirklich das Leuchtmittel damals hunderte von D-Mark oder dann auch Euro gekostet. Hier haben wir diese Probleme nicht mehr. Wir haben geringe Anschaffungskosten. Wir haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Wie gesagt, 50.000 Betriebsstunden hält diese LED, also das Leuchtmittel. Dann haben wir eine sehr hohe Auflösung von SVGA. Und wir haben hier alle technischen Möglichkeiten, die heutzutage einfach üblich sein sollten. Bei so einem kleinen, kompakten Gerät wie dieses Miracast, dieses DLNA AirPlay. Also DLNA und AirPlay sind beides die gleichen Möglichkeiten, nur von verschiedenen Systemen. Das eine ist Apple, das andere sind alle anderen. Der Rest der Welt. Der Rest der Welt. Und hier sehen Sie auch nochmal unsere Bestellung. Und das ist wirklich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Denn das ist wirklich was ganz Besonderes. Also ich meine, wenn man schon alles hat, was schenkt man sich denn da noch? Aber wenn man weiß, ich kenne jemanden, der gerne Filme schaut, der wirklich unheimlich viel Geld investiert, weil er immer ins Kino geht. Und Kino ist mittlerweile richtig teuer geworden. Ich meine, was bezahlt man denn für eine Karte mit 3D? Also das kann man schon locker mal 10 Euro bezahlen. Ja, 10 hin, zu zweit gehst du dann hin, dann willst du noch Popcorn, dann willst du noch die Tacos. Dann hast du noch was zu trinken, dann Parkgebühren. Die Anfahrtkosten. Parkgebühren hast du auch noch. Dann bist du 50, 60 Euro für einen Kinobesuch los. Ja, ich sage mal zwei Kinobesuche gespart, dann hast du dein Heimkino und zwar jahrelang. Und dann kannst du auch die Filme selber bestimmen und es läuft nicht ewig lang Werbung, sondern du legst den Film ein und zwar mit dem Medium, das du willst. Wenn du es auf Festplatte hast, nochmal dann einfach hier anschließen, wenn es irgendwas vom Laptop oder auch vom HD-Saggressiver oder Blu-Ray-Player sein soll. Übrigens über HDMI kann ich auch gerne Playstations anschließen, also Spielekonsolen. Das macht dann auch mal ganz anders Spaß, auf so 3,30 Meter Bildschirmdiagonale hier ein Spiel zu spielen. Und also rundum ein tolles Paket zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Ja, und der sehr, sehr günstige Preis, der lautet 123,41 Euro. Unser LCD-LED-Beamer in der kleinen Einstiegsversion und den bekommen Sie mit der NX4250 und der 569. Und dann denken Sie bitte daran, der TV-Sonderpreis ist nur 2 Stunden gültig. Ja, technisch eigentlich auch schon ein Riese, unser Kleiner, aber jetzt kommen wir zum wirklichen Riesen. Und der ist eigentlich auch prädestiniert für Leute, die einen Beamer fest installieren. Genau. Du hast einen Hobbyraum und kannst ihn jetzt an der Decke oder auf dem Boden fest installieren. Natürlich kannst du den auch flexibel einsetzen, also so schwer ist er nicht. Aber hier ist dann alles gedacht, dass ich ihn fest einbauen kann. Fernbedienung ist schon selbstverständlich, da brauchen wir gar nicht näher drauf eingehen. Alle Bedienungen per Fernbedienung. Aber jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten, was ich finde hier, damit du den auch fest installieren kannst. Du hast ja verschiedene Bildquellen. Und normalerweise, wenn du ihn irgendwo an der Decke installiert hast und willst verschiedene Bildquellen anschließen, musst du immer wieder umstecken. Hier kannst du eigentlich die Kabel vorbereiten, schon fest installiert liegen lassen. Und da sehen wir es. Da schon mal zwei USB-Steckplätze. Also das hier ist wieder der Media Player. Also hier einfach mit Festplatte oder mit USB-Stick mit dem Speichermedium dran. Dann ist kein zusätzliches Gerät notwendig. Hier kann ich jetzt aber, und ich habe gerade drei Beispiele genannt, zwei von denen kann ich parallel schalten mit dem HDMI 1 und 2. Jetzt zum Beispiel den SAT-Receiver und die Spielekonsole oder Blu-ray-Player und SAT-Receiver. Die kannst du parallel haben, schaltest dann einfach mit der Fernbedienung von HDMI auf 1 auf HDMI 2 um. VGA ist bei vielen, fast bei allen Laptops noch gang und gäbe, wenn du eine Präsentation vom Laptop machst. Videorekorder und auch andere, frühere, ältere CD-Player oder DVD-Player zum Beispiel haben auch noch einen Cinch-Anschluss. Da sehen wir hier, rot und weiß ist immer Audio und das gelbe war das AV. Und dann haben wir noch für digitalen Audioausgang. Also wenn ich eine Soundbar digital noch anschließen will, den richtigen Sound auch noch haben will, dann kann ich das hier auch tun. Obwohl Boxen sind natürlich auch schon integriert. Ich muss keine zusätzlichen Lautsprecher anschließen. Und jetzt kommen wir hier zum eigentlichen Highlight. Weil das ist ein Projektor, den ich jetzt auch bei Tageslicht benutzen kann, weil der eine unglaubliche Leuchtstärke hat. 2800 Lumen sorgt erstens mal dafür, dass die Bildschirmdiagonale größer wird. Wir haben hier die Möglichkeit, bis zu 4,40 Meter Bildschirmdiagonale zu projizieren. Geben wahrscheinlich die meisten Wohnzimmerwände gar nicht her. Aber ich hätte die Möglichkeit und das bei einer HD-Auflösung, also High Definition, so wie es auf Ihrem Fernseher ist, der jetzt vielleicht 40 oder 50 oder 55 Zoll hat. So kann ich das jetzt auf 3,30 Meter projizieren. Weil du gerade von der Helligkeit auch sprichst. Das ist jetzt natürlich nicht nur ein typisches Produkt, was man sagt, da kann ich zu Hause in den eigenen vier Wänden auch mal einen Film schauen. Das wäre jetzt auch für lange, laue Sommernächte, wo man gerne mal draußen sitzt, einen Film schaut. Da ist es ja auch nicht komplett dunkel. Oder Fußball auch mal draußen live übertragen. Ist das natürlich jetzt ein perfekter Beamer. Richtig, da kannst du das absolut machen. Läst deine Freunde zum Beispiel zum Grillen ein, baust eine Leinwand auf und dann den natürlich richten. Das ist möglich mit diesen 2800 Lumen. Und auch bei den 2800 Lumen wird jetzt hier keine Wärme erzeugt. Keine stimmt nicht. Physikalisch ist es messbar, aber nicht spürbar. Früher war es assenheiß, du konntest das nicht anfassen. Du musst es auch, wenn du einen Beamer früher abgehängt hast, bevor du ihn bewegen durftest, musstest du ihn erstmal eine halbe Stunde abkühlen lassen. Sonst war das Risiko zu groß, dass das Leuchtmittel kaputt geht. Das haben wir heutzutage alles nicht mehr. Auch bei 2800 brauchen wir keinen riesen Lüfter, also auch fast keine Nebengeräusche. Und hier Media Player integriert. So wie ich gesagt habe, ohne Fremdmedien können wir über USB-Stick oder wir können alles Herkömmliche, was bis jetzt auch ging, anschließen. Und zwar problemlos können wir es auch angeschlossen lassen. Mehrere Geräte parallel und dann über die Fernbedienung die Bildquelle eben auswählen und einschalten. Das ist ein sensationeller Preis, liebe Zuschauer. 246,91 Euro. Seien Sie schnell, wenn Sie sagen, oh, ich kenne jemanden, der wünscht sich sowas zu Weihnachten. Dann sollten Sie jetzt wirklich hier ganz schnell zum Telefonhörer greifen. Und wir haben es vorhin schon aufgezählt. Was gibt man alles für Geld im Jahr aus, wenn man mit der ganzen Familie ins Kino geht? Das wird auf Dauer richtig teuer. Und hier, viele haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit, dass sie sich Filme, die neuesten Kinofilme auch dann runterladen können. Das gibt ja verschiedene Anbieter momentan. Die kannst du dann Jahresabro und dann kann man so viele Filme schauen, wie man will. Und da ist es natürlich auch schön, um zu Hause so ein eigenes Kino-Feeling zu haben. Und es gibt doch nichts Schöneres als am Wochenende, wenn es wirklich draußen kalt und bitterkalt ist, einfach mal zu sagen, komm, wir bleiben heute zu Hause, wir machen uns unser eigenes Kino. Und vor allen Dingen kann ich hier zwischenzeitlich auch mal auf Pause drücken. Das kann ich im Kino nicht. Und ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf. Du schaust dir einen schönen Film an, den man gemeinsam auswählt, was immer das auch ist. Ob es Action ist oder ein Liebeschnulze. Und dann machst du dir Popcorn dazu. Und ich habe gerade noch so ein Bild von Feuerzangenbowle im Kopf. Das kannst du nur daheim machen. Im Kino kriegst du ja keine Feuerzangenbowle. Aber so kannst du dir wirklich einen gemütlichen Abend machen. Du bist zu Hause. Du kannst rumlümmeln. In der Jogginghose, genau. Richtig, so wie du willst. Oder dann natürlich auch bei Kerzenschein nebenher noch ein Röschen auf dem Tisch. Vielleicht isst man vorher mit dem Partner, macht sich einfach einen tollen Abend und sagt, komm. Oh ja. Kennst du, weißt du noch den Film damals, komm, den schauen wir jetzt mal wieder an. Bei dem Film sind wir das erste Mal gemeinsam ins Kino gegangen. Der erste gemeinsame Kuss. Ach, jetzt werde ich schon wieder viel zu romantisch. Das würde mich jetzt interessieren. Weißt du noch deinen ersten Kinofilm? Weißt du den noch? Ich glaube, das war König der Löwen. Im Kino jetzt tatsächlich. Das war König der Löwen. Als du im Kino warst. Also ich weiß es auch, mit meiner Oma war das das erste Mal im Kino. Und zwar war es Der Schatz im Silbersee. Also ein Winnetou-Film. Der Schatz im Silbersee. Da war ich so um 3 kg. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Pierre Bries, noch ganz jung. Aber das war mein erster Kinofilm. Sowas vergisst man nicht. Und den schaut man auch immer wieder an. Jetzt kommen natürlich auch, ich denke mal, in der Adventszeit werden auch die ganzen Winnetou-Filme wiederholt. Und diese habe ich ja auch. Ich liebe Winnetou immer noch. Die laufen jetzt aber nicht mehr im Kino. Jetzt muss ich sie zu Hause anschauen. Aber das kann ich ja problemlos. DVDs gibt es ja. Oder wenn sie eben im Fernsehprogramm kommt, schließe ich den Sat-Resiver an. Und kann dann eben meine Winnetou-Film anschauen. In Größe. Aha. Jetzt fange ich wieder an zu schwärmen. Das darf man ja auch. Also ich meine, bei so einem tollen Produkt, da kommen einem wirklich Erinnerungen hoch. Und da kann man sich auch Filme anschauen, die eben nicht mehr aktuell im Kino laufen. Es gibt ja so viele schöne Filme, die man vielleicht früher geschaut hat. Und kann sich gar nicht mehr so richtig an die Filmszenen erinnern. Oder vielleicht haben sie noch alte DVDs zu Hause und sagen, Mensch, die habe ich eigentlich schon lange nicht mehr angeschaut. Die kann man wieder rauskramen. Kann man so einen Mädelsabend machen, da Sex in the City bis zum Erbrechen oder so. Warum auch nicht. Oder die Frau zum Shoppen schicken und mit dem Freund in Ruhe Fußball anschauen. Genau. Also ich habe jetzt die letzten beiden Turniere, also die WM und die EM, die jetzt gerade war, habe ich beide auf dem Beamer angeschaut. Wenn ich das Spiel anschaue, das ist ein ganz anderes Gefühl. Dann hast du noch Freunde dabei, in der Gruppe macht es sowieso Spaß. Jetzt hast du so einen Beamer daheim, dann sagst du, drei, vier Freunden, kommt doch vorbei, bringt ein Kasten Bier mit. Darf auch alkoholfrei sein, wenn man kein Alkohol trinkt. Muss ja nicht immer Alkohol sein. Aber auch das ist dann ein Erlebnis. Dann macht es richtig Spaß. Und jetzt ist es auch bezahlbar. Früher war es nicht bezahlbar. Diese Beamer, also so ein Beamer hat mit Sicherheit um die 1000 DM gekostet, wenn du auch nur annähernd so eine Leuchtkraft bekommen wirst. Und heute ist es bezahlbar. Und wir sehen hier regulärer Preis auch 499 Euro. Das ist ganz legitim bei 2800 Lumen in HD-Auflösung. Aber unser TV-Sonderpreis, der ist halt wieder hervorragend. Und die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist ja auch oft mal sowas. Da muss ich nicht nur drüber nachdenken, was schenke ich den anderen, sondern wie tue ich mir selbst mal was Gutes. Und so ein Beamer, ich glaube, das ist auch mal eine nette Belohnung für ein ganzes Jahr harte Arbeit. Auch ja, definitiv. Und weil du gerade WM und EM ansprichst, jetzt wohne ich ja in Berlin und da ist es ja so traditionell, da geht jeder, wenn EM, WM ist zum Beispiel ans Brandenburger Tor, da wird es ja live übertragen. Das ist eine Drängelage, da kommst du dir als Frau wirklich fehl am Platze vor. Und das macht dann auch keinen Spaß und keine Freude. Du bekommst kaum noch einen freien Platz, es ist nur noch Geträngel und jeder schubst hin und her. Da mache ich das lieber zu Hause in meinem Garten oder in meiner Wohnung. Das macht dann viel mehr Freude. Ja, und auch mit meinen Freunden eben, da weiß ich, wer dabei ist. Ich glaube, da hat man es auch ein bisschen beruhigter. Und eben bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis kann es sich jetzt eben jeder leisten. Der ist einfach einzurichten und auch wenn Sie ihn nicht fest installieren, der ist schnell aufgestellt. Ich kann natürlich dann auch die Höhe noch einstellen, sodass ich den richtigen Winkel habe. Mit einer Größe von nochmal bis zu 4,40 Meter. Sie können mal schauen, wie groß das ist, ob Ihre Wand das überhaupt hergibt, aber das macht er nicht. Du könntest rein theoretisch auch ein bisschen größer. Du könntest ja in einem Schloss wohnen, oder? Du könntest auch ein bisschen größer, also auch noch überziehen, aber dann geht die HD-Technik unter Umständen verloren, je größer das Bild wird. Also bis 4,40 Meter ist diese HD-Qualität, diese Sendequalität von 1280 mal 800 Pixeln eben garantiert. Also ein tolles Produkt und natürlich ein sensationeller Preis. Das ist Top-Qualität. Ich möchte jetzt auch nochmal auf die Optik zu sprechen kommen, da ich eher eine Frau bin, muss ich das machen. Wir haben hier so eine schicke Holzoptik. Das sieht natürlich auch toll aus, weil das ist ja jetzt ein Gerät, was ich auch im Wohnzimmer stehen lasse. Das räume ich nicht mal so einfach weg. Und da ist es wichtig, dass der auch schön aussieht. Und schauen Sie mal, wie schön der aussieht, oder? Das ist doch Hammer. Der ist wunderschön, aber vor allem funktional und sehr, sehr leuchtstark. Das ist hier das herausragende Merkmal, diese Lumenzahl, diese 2800 Lumen, dann natürlich die zahlreichen Anschlüsse, um ihn festzuinstallieren. Aber er ist auch kompakt genug, um ihn mal flexibel einzusetzen. Ja, genau. So, jetzt haben wir natürlich hier unsere beiden Beamer, die wir Ihnen vorgestellt haben. Jetzt unser letztes Modell mit der NX42, 62 und der 569. Und wenn Sie jetzt anrufen, sparen Sie übrigens 51%. Das ist eine Menge. 246,91 Euro schlagen Sie ganz schnell zu. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, weil was nützt mir ein Beamer ohne Leinwand? Richtig, und da haben wir jetzt mal zwei ganz explizite Leinwände für Sie. Nämlich vollautomatische, die ich unsichtbar an der Decke im Prinzip anbringe. Sie kennen das, so ein kleiner Kasten. Und wenn ich dann mal, wenn ich Beamer schauen will, also eine Leinwand brauche, dann drücke ich auf die Fernbedienung, da sehen wir es, und lasse den Beamer nach unten. Und guck mal, das ist hier wirklich toll. Wir haben die erste mit einer Größe von 1,72 m x 1,30 m, also das ist das sogenannte 4 zu 3-Format mit einem Bildschirm-Diagonale. Dann haben wir dann die Waren von 2,15 m und das entspricht 84 Zoll. So, und jetzt haben wir hier aber was ganz, ganz Besonderes. Die ist ganz speziell reflektierend. Und zwar haben wir hier durch diese Beschichtung eine lichtverstärkende Wirkung. Das heißt, auch ein etwas schwächerer Beamer wird plötzlich viel heller erscheinen. Du hast eine unglaubliche Qualität. Und jetzt macht das Kino-Abenteuer noch mehr Spaß, weil ich habe, wenn ich diese Leinwand einmal an der Decke installiert habe, das könnte ich jetzt vor dem Fernseher im Prinzip machen, dann brauche ich immer nur auf den Knopf zu drücken, wenn ich den Beamer einsetzen will. Geht natürlich genauso im Hobbykeller. Ich kenne welche, die haben das wirklich im Hobbykeller. Und hinter der Leinwand ist die Dartscheibe. Ja, sehr gut. Hinter der Leinwand die Dartscheibe, die brauchst du nicht, wenn du Kino fährst. Und wenn er hochfährt, dann kannst du Darts spielen. Und das ist einfach den Komfort, den ich mir wünsche. Und ich muss sagen, das leistest du dir einmal, so eine Leinwand. Und dann hast du sie für immer. Du lässt sie gerade runter. Automatik stoppt natürlich, wenn sie unten angekommen ist. Auch beim Hochlaufen, dass sie nicht überdreht. Also alles, was ich möchte. In Sekundenschnelle aufgebaut und auch in Sekundenschnelle wieder abgebaut. Das heißt, die bleibt ja auch wirklich dort immer hängen. Also die wird oben an der Wand befestigt. Die ist sehr unscheinbar, wenn die wirklich einmal zusammengerollt ist. Sie ist ja weiß, der Kasten. Die Decke ist ja meistens auch weiß. Von daher fällt die wirklich gar nicht auf. Das ist genial. Für den Preis, die sehen Sie gerade eingeblendet, 161,41 Euro. Für eine Leinwand von einer Größe von 172 x 130 cm ist das wirklich toll. Ich meine, schauen Sie mal, was hier normalerweise sonst so Leinwände kosten. 250 Euro. Ja, jetzt müssen Sie natürlich ausmessen, was ist an dem Platz, wo Sie Kino schauen wollen mit Ihrem neuen Beamer. Was ist da von Platz her möglich? 2,15 Meter Bildschirmdiagonal ist schon riesengroß. Messen Sie es einfach mal. Also 84 Zoll. Wenn Sie sagen, das ist so die Größe, die ich mir vorgestellt habe, dann ist das hier genau die richtige Leinwand. Und eben mit dieser, man darf das wirklich nicht unterschätzen, wenn du ein Leintuch spannst, da ist kein so Kontrast drin. Genau. Das ist einfach nur eine Leinwand. Und da scheint es auch durch. Das hier, diese Leinwand ist spezial beschichtet. Schwarz beschichtet hinten. Das könnte ich sogar vor dem Fenster aufhängen. Und dann diese weiße Fläche, die ist auch noch lichtverstärkend. Das heißt, das wird man merken, da kommen einem die Lumen plötzlich doppelt so hell vor. Dadurch habe ich auch stärkere Kontraste. Dadurch habe ich ein klareres Bild. Die Farben kommen deutlicher hoch. Und natürlich wird der Kinogenuss noch ein bisschen besser. Kinogenuss für kleines Geld. Die Bestellnummer hierfür ist die PX2540 und die 569 für unsere schicke Leinwand. Sie haben es gesehen, die wird oben an der Decke angebracht. Und bei Bedarf kann man die dann automatisch herunterfahren lassen. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Das ist ja das Schöne. Ich kann jetzt natürlich meinen Kinoabend vorbereiten. Aber wenn ich den auf Knopfdruck machen kann, wenn ich jetzt den Beamer fest installiert habe und dann auch noch die Leinwand fest installiert, dann lasse ich die runter. Da sehen wir es nochmal mit der lichtverstärkten Wirkung und dem Funkkomfort. Und das Ganze hier für kleines Geld. Achtung, es geht nur um die Größe. Einfacher und günstiger geht es mit Sicherheit nicht mehr. Aber jetzt geht es um die Größe. Die Bestellnummer, bitte ganz wichtig, die Bestellnummer hierfür ist die PX2540 und die 569 für die Leinwand der Größe 172 x 130. Wir hätten aber auch noch ein etwas größeres Modell. Und jetzt wären wir richtig groß. Jetzt gehen wir auf 146 Zoll. Ja, kann man sich so gar nicht vorstellen, was das für eine Größe ist. Das ist 3,72 m in der Bildschirmdiagonale. Das ist jetzt riesengroß. Also unser erster kleiner Beamer schafft 3,30 m. Das hier ist im 4 zu 3 Format. Wir können da natürlich auch 16 zu 9 projizieren. Aber die Zahl, die Zollzahl gilt natürlich beim 4 zu 3 Format. Hier natürlich auch wieder diese enorme lichtverstärkende Wirkung der Spezialbeschichtung. Und hier, um die Ausmaße mal, damit Sie zu Hause messen können, die ist 3 m breit und 2,20 m hoch. Das ergibt dann in der Summe 3,72 m in der Diagonale beziehungsweise 146 Zoll. Boah, der Preis ist auch hier ein Wahnsinn. Kommt selbstverständlich auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Normalerweise kostet die 500 Euro. Aber bei uns zum TV-Sonderpreis für 256,41 Euro. Jetzt müssen Sie sich nur entscheiden, welcher Beamer soll es sein, welche Leinwand soll es sein. Wir haben wirklich für jeden Bedarf, für alle Bedürfnisse etwas dabei. Und vor allem für jeden Geldbeutel auch etwas dabei. Und wenn du jetzt mal fertig denkst, dein Heimkino eingerichtet hast, den Beamer fest installiert, alle Bildquellen direkt angeschlossen und die Leinwand montiert hast, dann brauchst du nur noch 2 Knöpfe zu drücken. Und schon ist der Kino-Genuss da. Ein Knopf, um den Beamer einzuschalten, ein Knopf, um die Leinwand runterzulassen. Und dann hast du dein Kino-Feeling. Ob im Hobbykeller oder natürlich auch im Wohnzimmer. Ganz egal, wo Sie das Ganze installieren. Aber auch wenn du den Beamer flexibel einsetzt, einfach auf den Tisch gestellt, die Leinwand runtergelassen. Also komfortabler geht es gar nicht mehr. Komfortabler geht es wirklich nicht mehr. Und wenn man sich das jetzt alles so mal durchdacht hat und vielleicht sich auch innerlich, also im Kopf schon eingerichtet hat, wo man den Beamer gerne anbringen möchte und natürlich die Leinwand, glauben Sie mir, Sie werden es nicht mehr missen wollen. Ich habe mir ja auch einen Beamer damals gekauft, allerdings für viel, viel mehr Geld. Und hätte ich mal gewusst, dass wir sowas auch im Sortiment haben, da könnte ich mich jetzt wirklich in den Poppes beißen. Ich habe dafür sehr viel Geld hier ausgegeben. Aber das ist es mir auch wert, weil so ein Beamer bringt einfach nur Freude. Ich kann wirklich von zu Hause aus mein Kino genießen. Ich kann immer mal auf Stop drücken, wenn ich meine, ich will mir jetzt noch mal Popcorn holen, Chips nachholen. Ich kann immer dann wirklich entscheiden, was will ich schauen. Und ich kann natürlich auch entscheiden, wo ich sitzen möchte. Weil häufig, wenn jetzt ein neuer Film rausgekommen ist, dann kriegt man vielleicht nur noch ganz vorne die unbegehrten Blätze. Weißt du, was ich auch noch wichtig finde? Du kannst entscheiden, neben wem du sitzt und wer vor dir sitzt. Mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass genau vor mir ein 2,50 Meter man überkriegen gesagt saß. Und dann sitzt du so mit einem steifen Hals da. Oder dass hinter dir welche die ganze Zeit mit Chips rumraschelt. Hier kannst du selber entscheiden, wer bei dir im Heimkino neben dir sitzt. Also das ist hier die perfekte Grundlage für einen wunderschönen oder für viele wunderschöne Heimkinoabende. Ja, für viele schöne Heimkinoabende können Sie sich jetzt natürlich auswählen, welcher Beamer soll es sein, welche Leinwand soll es sein. Darf eigentlich nur noch das Popcorn nicht fehlen. Und das ist natürlich ein Kinospaß garantiert. Jetzt sollten Sie ganz schnell zum Telefonhörer greifen und sich eines Ihrer Lieblingsprodukte sichern. 0,180, 51, 51 und 3 mal die 2. Das heißt, ich dürfte nicht vor dir sitzen, oder wie hast du, war das jetzt so ein Winken ins Hornsfall? Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, ich meine wirklich die 2,50 Meter Männer. Aber jetzt, meine Herren, gönnen Sie sich mal was. Denken Sie nicht immer nur an die anderen. Sind Sie sich selbst mal der Nächste und rufen Sie jetzt an. 0,180, 51, 51, 3 mal die 2 und dann viel Spaß damit. 0,To 1,50, 1,50, 51, 51, 51, 54, 52, 52, 52, 54, 51, kuze 10, 53, 54, 58, 49, Vegan, 49, 54, 59,02, 52, 57, qui 59, 58, 41, 57, 55, 58, 69, 45, 24,onda, nünkn assum lässt das nicht nur einen Vorbau,